Und damit ein herzliches Willkommen zu Jogos Play SSB3. Ich werde zu heilen und beginn die nächste Mission. Sollen wir? Ich habe sie sie. Ich sagte doch, der Kurs ist falsch. Church ist uns jetzt sicher um Tage voraus. Macht etwas mehr Vertrauen. Er hat uns nie enttäuscht. Oh Gott. Aber die Messlater hängt auch nicht besonders hoch, oder? Nein! Was ist denn denn? Diese Felsen? Das ist voll fast... Weniger Knoten! Halbes Segel! Oh oh. Du musst auch schon gleich beenden. Da liegt ne Kiste mehr. Weil er schwimmt halt. Warum auch mal. Warte, wann ne Felsen? Wau! Wauw. Wauw. Jetzt der halbe Segel. Halbe Segel! Okay. Das ist ein Ablassungsmanöver. Oh, es gibt auch alles umgegeben, das Ding ist voll. Oh, Gott. Wir gehen unter, wir gehen unter, wir werden untergehen. Sag mal, wie hast du es eigentlich zum Kapitän gebracht, so wie du segelst? Oh, Gott. 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 Da mach doch. Da mach ich doch. Mh, nö. Oh, verdammte Scheiße. Gottverdammt, wir verlieren ihn noch. Was bleibt uns denn übrig? Die Felsen zerrücken uns sonst. Die Strömung hier ist schnell. Wir haben noch eine Chance. Feindliche Schiffe lehren sich. Waffen bereit machen. Wir werden das Feuer erwidern. Ich kann nicht mehr auf die BW-Gitter. So. Scherz nutzt den Angriff als Deckung. Versenk ihn bevor er flüchtet. Schick den Bastard auf den Meeresgrund. Das ist darf nicht sich. Die Ladung ist äußerst richtig. Köpfe runter. Ach so. Versenk ihn doch fast. Schnapp ihn, Connor. Feuer. Feuer. Halbe Schegel, Männer. Halbe Schegel. Halbe Schegel. Lass Church nicht entkommen. Breitseite abheben. Verdammt. Nee. Du hättest auf mich hören sollen. er ist so gut wie weg ich habe nichts dagegen dass du ihn versenkst mein sohn aber wolltest du das Schiff nicht hafern weniger Segel weniger Segel! weniger Segel! Keckengeschoss! 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 Verdammt! 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 Verrschung! Du hast den Begriff nicht das hoch Sven! Ihr könnt die Reidenwirte mal angeln! Ich verstehe das was hier... Okay Dessert ihr euch erst mal ein Reinhard! Ihr habt auf Kettenkugel gewechselt, sind die leer? Die sind leer oder was? Nein. Da, verdammt. Ah, immer zu früh. Ah, Land und Fecht! Land und Fecht! Scheiße! Land und Fecht! Verdammt, das ist scheiße! 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 Aua! Was tust du denn? Ich beende es! Oh. Hast du einen Dachschaden? Du machst ein eigenes Schiff im Arsch! Hallo! General, zieht sie ran! Zu den Waffen! Zu den Waffen! An die Drehbassen! Gebt Deckung vom Achterdeck! Hinkert die Achterleinen! Zaube den Buch mit! Hey! Dich krieg ich bevor du abhauen kannst. Die Drehbassen! Zaube den Buchstaben. Dich kriegt die Achterleinen! Du hast dich, mit der Drehbassen! Dich kriegt die Achterleinen! So, eine Geste! Ah. Nee. Es ist leer. Was hat Church mit der Ladung gemacht? Cool. Raumwänden! Genug. Wir kamen aus einem Grund. Wissen unterschiedliche Gründe sein. Wo sind die Vorräte, die du gestohlen hast? Fahr zur Hölle. Ich frage nochmal. Wo sind die Vorräte? Auf der Insel dort. Warten auf Abholung. Aber du hast kein Recht darauf. Es sind nicht deine. Nein, nicht meine. Diese Vorräte sind für die Männer und Frauen, die an etwas Größeres glauben als sich selbst. Die kämpfen und sterben, damit sie eines Tages frei von einer Tyrannei wie eurer leben können. Sind das dieselben Männer und Frauen, die mit Musketen aus englischem Stahl schießen? Die ihre Wunden mit Bandagen verbinden, die englische Hände gewoben haben? Oh, wie praktisch. Wir Armen. Und ihr erntet den Lohn. Du versuchst nur eure Verbrechen zu entschuldigen. Als wärst du der Unschuldige und die anderen die Diebe. Alles eine Frage der Perspektive. Es führt kein Weg durchs Leben, der edel und gerecht ist und niemandem schadet. Glaubst du wirklich, dass die Krone kein Ziel hat? Keinen Grund, sich verraten zu fühlen? Das solltest du besser wissen, der sich dem Kampf gegen die Templer gewidmet hat, die sich ja selbst auf der gerechten Seite sehen. Denk daran, wenn du meinst, nur dein Tun diene dem Allgemeinwohl. Dein Feind sieht das anders. Und das Licht. Und du kommst. Es war richtig. Der Tod ist ein Segen für uns beide. Dann komm. Du willst doch, dass ich dir helfe, alles von der Insel zu bergen. Weiß wei von sie her. Oh, Mann. Immer fehlt mir was. Sequenz 9 beendet. Ich bin wieder mit meinem Vater vereint. Doch weiß ich noch nicht, ob das gut oder schlecht ist. Unsere Ziele sind gleich. Jedenfalls, was die Unabhängigkeit betrifft. Doch er verteidigt weiterhin Charles Lee, der meine Mutter tötete und mein Dorf niederbrannte. Dennoch. Er hat recht, was Washington und seine Befürworter angeht. So viel Gerede über Freiheit und Gleichheit. Doch anscheinend gilt das nur für votenhafte weiße Männer. Was ist mit einem Jemir? Oder Surin? Welche Rolle spielen wir dabei? Hat mein Vater etwa recht? Ich muss über so vieles nachholen. Und es bleibt mir so wenig Zeit dafür. Willkommen zurück. Wie war es auf Martinique? Achilles, ich... Ich muss mich entschuldigen. Ich habe einige falsche Dinge zu dir gesagt. Deine Worte waren hart, Connor. Aber auch nicht ohne Wahrheit. Ich ließ den Orden hängen, ermöglichte den Templern die Kontrolle. Doch nun ist ihr Griff geschwächt. Daher glaube ich, dass es eine Chance auf Frieden gibt. Stell dir vor, was wir erreichen können, wenn wir uns vereinen. Woher der Sinnes war Gott? Woher kommt das plötzlich? Du bist deinem Vater begegnet, nicht wahr? Ich sage nicht, dass ich ihm traue oder ihn schätze. Aber... Es wäre nachlässig, die Gelegenheit zu ignorieren. Pathan mag zuhören, doch wird er verstehen. Und selbst wenn, stimmt er zu? Selbst er muss einsehen, dass wir gemeinsam mehr erreichen als allein. Ich nehme an, du willst ihn aufsuchen. Ja. Ich reite nach New York, um zu sehen, was getan werden kann. Ich bin aufsuchen. Ich bin aufsuchen. Ich bin wütend, wenn du ihn aufsuchen, ich bin ein paar Minuten. Ich bin aufsuchen. Ich bin aufsuchen. Ich bin aufsuchen. Ich bin aufsuchen, ich bin aufsuchen. Ich bin aufsuchen. Aber erst im nächsten Bad, also heute wird der Ciao. Ist es zu schön.